Die Band ist Shotgun Express, ich bin Scott Damm und ich spiel Gitarre. Hey, ich bin Johnny Cobra und spiel auch Gitarre. Ich bin Diamond Floor und ich bin für einen Gesang zu schenken. Um, ich spiel das. Matt Lash, ich spiel Schlagzeug. Ron, ich bin The Roadie. Wir machen Musik für Junkies, Drogendealer, Assis, gesetzlose Verbrecher oder einfach nur Hardrock. Auf die Bank, auf Galen, Rock'n'Roll! Und natürlich für all die Leute, die sich in den Gruppen nicht wiederfinden. Musik Wollt ihr noch was zu einem Band-Namen sagen? Shotgun Express. War das auch eine SUV-Idee? Ja, es war keine SUV-Idee. Wir hatten früher einen anderen Namen und der war scheiße. Dann hatten wir einen neuen Wasser, den Robben. Und wir hatten einen Trailer im Shotgun Express. War ganz cool dann. Also ich sag mal so, wenn ich mit der Combo, mit der Band jetzt meinen Lebensunterhalt verdienen kann, und ich muss es nicht mehr schaffen gehen oder irgendwas. Das wäre das Geilste. Es gibt nichts Geiles, wie auf der Bühne zu stehen. Und ich glaube, so denken alle hier, die hier sitzen. Die guten kommen nach oben und die schlechten bleiben halt in der Gosse, wie wir. Auf jeden Fall mal auf myspace.com slash shotgun-express-rocks. YouTube. Einfach mal eingeben, Shotgun Express live. Muss man aber aufpassen, gibt es noch ein paar andere Videos von Band, die unseren Namen geklaut hat. Ja. Das ist England. Ich weiß doch auch nicht, was ich sagen soll. Tschüss. Ich würde sagen, wir machen alles nochmal.